Zeit für die Vivox-Mission für heute. Die habe ich ja gestern leider vergessen wieder mal. Es hat aber einen Vorteil so früh aufzustehen, dann hat man mehr Zeit. So, wo ist die... Ne, da auch nicht. Was ist denn? Das ist eine 23er Mission. Ah, da ist die... Da ist so ein bisschen versteckt, oder?